Was ist deine Motivation? Für seine Werte einzustehen und für das Gute auf der Welt zu arbeiten. Thematiken wie ritueller Missbrauch wurde noch gar nicht besprochen und das ist Fakt, dass es passiert. Das ist teilweise so bösartig, dass du es dir nicht mal vorstellen kannst und das ist vielleicht so eine Art Schutzfunktion. Weil ich glaube, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen würden, wenn jeder das geben würde, was er geben kann, wären wir alle glücklicher am Ende des Tages. Ich möchte nicht meinen Kindern sagen müssen, dass ich das alles kommen sehen habe und nichts dagegen getan habe. Das hat dir anscheinend gar nichts bedeutet. Jetzt ist es anscheinend am Arsch vorbeigegangen, dass andere Menschen für dich gekämpft haben und du sitzt jetzt da und twerkst auf TikTok oder was. In der chinesischen Version, da wird den Kindern dann Videos gezeigt, wie man so bastelt, experimentiert. Wann fing das an, dass die Leute so krass unterdrückt wurden? Ja, in dem Moment, wo die Leute das, was sie gedacht haben, nicht mehr gesagt haben. In dem Moment ist alles zu spät. Fetzt jetzt eure Fragen rein und zwar hat einer gefragt, was ist deine Motivation, Leo? Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also angefangen hat es natürlich damit, der Jugend eine Perspektive zu geben, die sie aus den Medien nicht hören. Und das war der Gedanke, mit dem alles angefangen hat. Mittlerweile möchte ich komplett den deutschsprachigen Raum, die komplette Gesellschaft erreichen mit Inhalten, die auf der einen Seite schöpferisch sein sollen, also Hoffnungsspenden sein sollen, inspirieren sollen. Und auf der anderen Seite auch irgendwo beschützen soll vor Missständen in der Gesellschaft, die so nicht weitergehen können. Und das klingt jetzt auch alles sehr dramatisch, aber das ist das, was jeder Mensch irgendwo in sich trägt, an etwas Großem zu arbeiten, an etwas, was größer ist als man selbst. Und für seine Werte einzustehen und für das Gute auf der Welt zu arbeiten. Weil jede Alternative macht dich kaputt. Safe. Fühl dich, Bro. Sehr stark. Wie ist denn das bei dir, wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst, wie zum Beispiel das letzte Video, was du gemacht hast auf YouTube, wo du dann, wenn Sex mit Kindern legal werden soll, wenn du dich damit beschäftigst, was macht das mit dir als Mensch? Also was kannst du da mal so Erkenntnisse, Gedanken, die du während der Produktion eines solchen Videos hast, mit uns teilen? Vieles, was ich in dem Video gesagt habe, hat auch weiterhin die Oberfläche berührt. Also sprich, Thematiken wie ritueller Missbrauch wurde noch gar nicht besprochen und das ist Fakt, dass es passiert. Ritueller Missbrauch bedeutet auch, dass das Ganze aus einer Glaubensrichtung, also aus dem Satanismus passiert, dass man das aus einer okkulten Bewegung, Motivation heraus tut. Und das sind Themen, damit habe ich mich vor allem 2020 beschäftigt. Du guckst dir das halt an, du recherchierst da rein, du bemerkst, okay, da ist was dran, ok. Und dann veränderst du dich ein Stück weit. Viele, ich glaube gerade auch Frauen, die da halt wirklich, wenn du selbst Kinder hast, so dann ist das eine ganz andere Perspektive, wenn du dann über solche Themen recherchierst. Und da kannst du dann wirklich dir deinen Tag kaputt machen und wenn du dir viele Tage damit kaputt machst, dann machst du dir damit dein Leben kaputt. Das heißt, du darfst nicht in die Falle treten und dadurch, dass gewisse Mächte die Welt ficken, dich dann noch durch diesen Fakt nochmal doppelt ficken lässt, sozusagen. Also, dass du dein eigenes Leben dann damit auch noch zerstörst, zerstören lässt. Und deshalb muss man halt einen gewissen, nicht, Abstand, du musst da schon ein Bewusstsein für haben und das auch mit der Welt teilen, wenn was schiefläuft. Ausgleich ist wichtig, glaube ich, ne? Du kannst dazu führen, dass du in eine Abwärtsspirale fällst, was mir zum Glück nicht passiert ist. Ich bin da mittlerweile auch ziemlich abgestumpft und ich lese dann manche Dinge, höre manche Dinge, kann die dann wiedergeben, kann sagen, das geht nicht. Aber wenn man sich mal wirklich bewusst wird, was wirklich passiert auf der Welt, das kannst du gar nicht, das ist teilweise so bösartig, dass du es dir nicht mal vorstellen kannst und das ist vielleicht so eine Art Schutzfunktion. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum viele in der Corona-Zeit nicht glauben konnten, dass die Regierung uns gerade massiv misshandelt, wenn man mal massiv misshandelt. Weil dann würde ja dein ganzes Weltbild zusammenfallen und davor haben ja auch viele Menschen Sorgen. Was nimmst du als Ausgleich so? Also hast du dafür auch einen Ausgleich, sag ich mal, wenn du zu tief in gewissen Themen drin bist, weißt du, was ich meine? Dass du irgendwas hast, was dich da wieder rausholt, wie zum Beispiel Fitness oder vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen? Keine Frage, also die Grundlage, das ist ja gefühlt wie Zähneputzen, so zum Sport gehen und auch kalt duschen, meditieren ist jetzt noch nicht ganz so fest drin wie Zähneputzen als Gewöhnung. Das sind einfach die Grundpfeile, dass du überhaupt als Mensch dich weiterentwickeln kannst, weil sonst bleibst du halt immer auf dem selben Fleck. Aber jetzt spezielle Punkte, wenn ich mir zum Beispiel eher diesen härteren Tobak reinziehe, sind dann, ja, ich sag mal Hobbys, die dich halt voll aus dieser verkopften Welt rausbringen, wo du halt einfach keine Gedanken mehr hast. Das wäre damals noch voll cool gewesen mit Fußball, ich habe mir leider mein Knie verletzt, aber das sind ja wirklich Momente, du hast keine Möglichkeit mehr über das Weltgeschehen nachzudenken, wenn du Fußball spielst, wenn du surfen gehst, wenn du auch im Eiswasser sitzt oder wenn du die Bibel liest. Und das sind die Aktivitäten, die man dann natürlich fördern muss. Du darfst da nicht anfangen, dich reinzusteigern und dann kannst du die Welt nicht mehr verändern, wenn du selbst daran kaputt gehst. Ja, ja, alright. Was freuen auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, so wegen diesen ganzen äußeren Umständen, wenn du dich halt wirklich permanent immer nur mit den Nachrichten beschäftigst, da sind das natürlich immer nur so negative Einflüsse, weil dann berichten die Nachrichten schon so über positive Dinge. Meistens sind es irgendwie, ja, in Afrika wurden zehn Leute erschossen, da hast du Bombe hochgegangen, da gab es die Überflutung. Und die Buddhisten zum Beispiel beschäftigen sich ja echt viel damit, wie kann ich mich so von diesen äußeren Umständen abkapseln. Nicht, dass ich das komplett ignoriere, aber dass mich das halt persönlich einfach nicht so mitnimmt. Und darüber haben auch die Stoiker echt viel gesprochen. Wenn du ein Problem hast und weißt, du kannst es verändern, dann mach es. Und die äußeren Umstände, die du nicht beeinflussen kannst, die musst du halt einfach akzeptieren, weil ansonsten macht es dich fertig. Ja. Safe. Das ist mit den Nachrichten auch ein guter Hinweis. Das ist mir damals schon ganz früh aufgefallen, dass ich auch immer das Gefühl hatte, warum werden eigentlich nicht mehr schöne Sachen in den Nachrichten gezeigt? Warum kann man nicht zwischen diesem ganzen Lightday in der Welt passiert auch mal ein paar Storys noch mit reinpacken, wo du eine Erfolgsgeschichte siehst, wo du mal was, keine Ahnung, Alter, mal jemanden interviewst oder was berichtest, was Positives ist, was uns Menschen gut tut. Wenn zum Beispiel ein Mensch einem anderen Menschen was Gutes tut oder einfach was Positives, was Schönes so. Wir sollen ja auch zu einem gewissen Teil sollen wir auch abgestumpft werden, dass wir das alles als normal hinnehmen, diesen ganzen Light. Weißt du, wir sollen einfach sagen so, ja, shit, passiert. Und dann am nächsten Tag noch eine neue Nachricht so, ah, shit, passiert. Und dann bist du halt dauerhaft wie so ein Bot in der Matrix und wirst halt selbst dann... Ja, voll so. Du verlierst die Menschlichkeit auch ein bisschen, weißt du. Und dann merkst du auch, wie Menschen sich auf der Straße miteinander, untereinander behandeln und auch auf Social Media und so. Ich glaube, wenn das Menschliche einfach einen größeren Wert in der Gesellschaft hätte, dann würden wir uns, egal wie, ob es im Persönlichen ist, ob es Social Media ist, egal wo, besser behandeln und besser miteinander umgehen, weißt du. Und ich glaube, das ist der ultimative Weg, ist einfach, dass wir aufhören, uns gegenseitig runterzuziehen und endlich anfangen, uns gegenseitig nach oben zu bringen, weißt du. Weil ich glaube, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen würden, wenn jeder das geben würde, was er geben kann, wären wir alle glücklicher am Ende des Tages, so. Jeder Einzelne, weißt du. Weil es gibt Leute, die sind irgendwie oben, die haben es nach oben geschafft und die machen alles dafür, dass es nicht noch ein anderer nach oben schafft, damit sie diese Position behalten können, so. Und das ist so ein dummer Fehlgedanke, weil uns allen wird es besser gehen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und helfen. Tut doch einem anderen Menschen mal was Gutes und hört in euch rein, wie ihr euch fühlt, so. Macht es doch einfach mal. Ihr werdet merken, euch geht's gut. Euch geht's gut, wenn ihr anderen Menschen helft, auch ohne was zurückzuerwarten, so, weißt du. Und das ist das, was mir brutal fehlt. So ist es auch aus dem Buch gerade eine gute Metapher. Wenn du in einem Orchester sitzt und nur eine Geige spielt komplett Geige, also komplett falsch, komplett schief, schiefe Töne, dann ist das ganze, wie sagt man, Ensemble, also das ganze Stück ist dann ruiniert. Und genauso ist es ja auch mit deinem Kopf, könnte man fast sagen, ja. Wenn du nur eine Stimme hast, die dir die ganze Zeit irgendwie Bullshit erzählt, dann kann das einen riesen Einfluss drauf haben, weil dann das ganze Zahnrad, also ich will jetzt nicht den Menschen mit einer Maschine vergleichen und dem Zahnrad, aber du weißt, dann kann das ein Faktor sein, der vieles ändert. Und deswegen sollte man auch mit Menschen vorsichtig sein. Wen holst du da in dein Leben rein? Nein, das müssen von deinen drei besten Freunden nur einer sein, der dich nicht komplett, aber unterbewusst runterzieht. Du sagst, ey, ich gehe jetzt 5 Uhr morgens zum Sport-Eisbahn und der sagt so, ja, wie, wer bist du denn, Digga? Komm mal lieber mit im Club. Das ist vielleicht nur so ein Kommentar, aber der hat sich jetzt zu 33 Prozent aus deinem Freundeskreis runtergezogen. Da merkst du, was für einen krassen Einfluss das hat. Und wenn wir uns wirklich gegenseitig so unterstücken, wenn wir miteinander harmonieren würden, wenn wir untereinander funktionieren würden als Menschen so, Bro, wir könnten die, was wir schon in unserem Talk gesagt haben, und wir könnten die Welt zu so einem schönen Paradies machen, wo keiner mehr leiden muss, keiner sterben muss. Weißt du, das verstehen die Leute halt. Nein, das muss dazugehören und wir müssen missgünstig sein und das ist normal, das ist in der Natur der Sache und so. Weil einfach die großen Leute in der Öffentlichkeit auch immer diesen Scheiß weiterhin supporten. Immer nur auf Beef, immer nur auf Gossip, immer nur auf Gegeneinander sich aufbauen, anstatt mal miteinander so. Gerade hier bei uns in diesem Land. Sorry, wir sind ein bisschen emotional geworden hier an der Stelle. Aber Fakt halt, ja. Seid ihr Optimist oder Pessimist? Thematisch könnte man Letzteres vermuten. Mäßig, wenn ich Letzteres wäre, wenn ich der Pessimist wäre, dann würde ich doch die Videos nicht machen. Wenn mein Motiv ist, die Welt zu etwas Positiverem zu verleiten, mit meinen Videos, indem ich mich auf Missstände zeige und sage, hey, das kann so nicht weitergehen, dann nur, weil ich Potenzial sehe, dass es auch irgendwie auffällt. Weil sonst würde ich ja sagen, ja, scheiß drauf, Digga, ist so und kann man nicht ändern und lass einen Film gucken stattdessen. Aber nee, bro. Und die Frage mit Optimist oder Pessimist, wenn man sich jetzt wirklich für eins oder beine entscheiden muss, dann natürlich der Optimist. Keine Frage. Safe. Also bei mir genauso. Mein Glas ist immer halb voll, nicht halb leer. Ich würde das alles auch nicht tun und diese Messages nicht raushauen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir in eine bessere Richtung gehen könnten, wenn wir uns verändern. Und ich hätte aber trotzdem noch einen Zusatzgedanken. Der ist auch interessant. Der würde jetzt komplett das Gegenteil von dem sagen, was ich gerade gemeint habe, aber den finde ich auch mega interessant. Selbst wenn die Sache hoffnungslos wäre, selbst wenn man sagt, okay, es ist hoffnungslos, dass wir in einer Welt leben, in der das, was in meinem letzten YouTube-Video so geschildert wird, nicht mehr existiert, selbst wenn es hoffnungslos wäre, die Sache ist so wichtig, dass man es dann trotzdem tut, auch wenn man keine Hoffnung mehr hat, weil es einfach tiefgründiger ist als A, positiv, negativ. Es ist einfach, es ist einfach der Sache wert, weiter daran zu arbeiten, selbst wenn man manchmal denkt, oh shit. Ist so. Es ist auch die Werte, die du in dir verankert hast und diesen, man hat ja auch, man hat ja auch Werte in sich, man hat gewissen Stolz, sage ich mal, oder eine Ehre und wie du es auch in dem Video gesagt hast, ich möchte nicht meinen Kindern sagen müssen, dass ich das alles kommen sehen habe und nichts dagegen getan habe. Ich meine, so sehe ich das für mich auch. Ich will immer, wenn ich in meine eigene Vergangenheit gucke, wenn meine Kinder in meine Vergangenheit gucken, wenn irgendwelche Menschen in meine Vergangenheit gucken, der hat wenigstens versucht, was zu verändern. Der hat wenigstens versucht, das Gute in den Menschen wieder ein bisschen mehr rauszuholen. Weißt du? Das ist für mich das und das mache ich wegen mir. Das mache ich wegen meinen Werten, wegen meinem Stolz, wegen das, was ich bin und nicht, was Leute von mir erwarten. Weißt du? Ja, so ist es einmal, wenn man in die Zukunft projiziert, die Kinder, aber auch wenn man in die Vergangenheit schaut, deine Vorfahren, du musst dir ja vorstellen, du kannst tausend Jahre zurückgehen und du hast dann dort lebende Menschen, die damals, meinetwegen im Mittelalter, auf einem Markt waren und gestruggelt haben, Probleme hatten damit, dafür, dass du jetzt, also wenn das nicht wäre, wärst du jetzt nicht auf der Welt. Das heißt, das ist ja auch ein Punkt, warum man uns entkoppelt von unserer Geschichte, von unseren Vorfahren, von unserer Tradition, weil man, wenn du diese Verbindung zu deinen Vorfahren hast, eine Verantwortung in dir trägst, wie Andrew Tate immer sagt, auch mit deinem Nachnamen und so weiter, klar kann man auch wieder ins Extreme führen, aber du solltest doch den Anspruch haben, du solltest doch den Anspruch haben, dass wenn deine Vorfahren auf dein Leben schauen, ja man, das ist einer von uns und wenn du dem nicht gerecht wirst, was hat dann das Leid der Vorfahren dir bedeutet, das hat dir anscheinend gar nichts bedeutet, dir ist es anscheinend am Arsch vorbeigegangen, dass andere Menschen für dich gekämpft haben und du sitzt jetzt da und twerkst auf TikTok oder was? So, Baba, der Vergleich, das war geil, feier ich, fühle ich, hab mich ein bisschen geprägt, leichte Gänsehaut sogar. Und das ist ein gutes Beispiel und ich denke mir das auch, wir haben jetzt über Vergangenheit und wir haben auch über Zukunft geredet, so, was ich mir auch immer denke, diese Verantwortung gegenüber den Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, das zu tun, was wir gerade tun, weißt du, was ich meine? Weil wir haben die Möglichkeit, jetzt was zu verändern, es gibt Menschen auf der Welt, die haben gerade mit Hungersnöten zu kämpfen, die haben gerade mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, die können nicht eine Veränderung anstoßen und wir leben in so einer privilegierten Welt, wir sind eigentlich im Vergleich zu den meisten Menschen auf der Welt, leben wir wie Könige, wir haben so viel zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir müssen uns nicht darüber Sorgen machen, dass unser Zuhause morgen weg ist, wir haben eine gewisse Verantwortung auch für die Menschen, die nicht die Möglichkeiten haben, die wir haben, glaube ich, weißt du? Auf jeden Fall, was ich gerade eben noch sagen wollte, so zu diesem Sinn im Leben, ich glaube, am Ende des Lebens, willst du dich auch fragen, wenn du, ja wirklich am Ende des Lebens stehst, was hatte mein Leben für einen Sinn, was für ein Werk habe ich hinterlassen, habe ich mich wirklich mein Leben lang immer nur selbst bereichert, mit Reichtum, irgendwie vor allem so im Deutschrap heutzutage, so, das ist ja wirklich dieser, was du vorhin schon meinst, so dieser Ego-Rap, ich habe die fetten Karren, ich habe die Goldketten, ich habe die Frauen, ich nehme die Drogen, aber was gibst du so der Jugend mit, was gibst du nach außen, jetzt endlich hast du ja wirklich nur für dich selbst gelebt, also war dein Leben ja eigentlich an sich sinnlos, also, was sind deine, das habe ich mich auch immer gefragt, so, was ist deine Message, Bro, was, warum machst du, warum willst du dir dieses Gehör verschaffen, kann doch nicht sein, dass du das nur wegen Geld machst, aber ich bin mittlerweile auf den Trichter gekommen, dass das wirklich 95, 99 Prozent der Leute nur machen, um ihren eigenen Arsch zu retten, da steckt keine größere Verantwortung dahinter, da steckt nicht das Gefühl hinter, wirklich was zu verändern und sich ein Gehör zu verschaffen, um was zu verändern, so weißt du, und das war bei mir zum Beispiel von Anfang an der Fall, ich wollte schon immer mindestens andere Menschen motivieren mit dem, was ich tue, weißt du, mindestens Leuten zeigen, dass du alles erreichen kannst, dass du deinen Traum leben kannst und dass du alles möglich machen kannst, wenn du nur wirklich daran glaubst, so, weißt du, du hast es gut gesagt, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht und das ist auch eine Sache, die ich sehr schade finde, dass es hier wenige Leute gibt, die eine krasse Message haben und die Leute, die eine krasse Message haben, diese krasse Message nicht wirklich nach außen tragen, weil sie Angst davor haben, gecancelt zu werden oder nicht mehr in der Playlist stattzufinden oder so, weißt du, weil ich weiß, es gibt Instanzen, es gibt Leute, die ein Mindset haben, die was auf dem Herzen haben, was was verändern könnte, aber sie trauen sich nicht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, da ist für mich auf jeden Fall so eine große Inspiration, Khabib, also für alle, die es nicht kennen, ist auf jeden Fall ein krasser Motherfucker, einer der besten MMA-Kämpfer der Welt, auf jeden Fall für mich der Beste, der je gelebt hat und bei Khabib, der ist halt sehr gläubig, ist Muslim, kommt aus Dargistan, und sagt einem eigentlich, kanntest du Dargistan? Er hat mir das erzählt, es gibt ja 205 Länder und es ist eigentlich verrückt, dass man nicht alle kennt, aber Dargistan noch nie gehört. Auch noch nie gehört, ich glaube, ich weiß nicht mal genau, wo es liegt, ich glaube, Kaukasus oder so, auf jeden Fall irgendwie gehört es da trotzdem auch zu Russland. Auch da so bei Tatschikistan und so, glaube ich, ist da auch in der Nähe. Da irgendwie neben Tschetschenien auf jeden Fall und bei Khabib, als der so in die UFC-Szene gekommen ist, sind halt so zwei Welten aufeinander getroffen, da hat es einmal diesen Conor McGregor, der so übelste Materialist ist so, ey, ich bin der krasste Motherfucker, ich kokse, hat sich immer so übelst krass selbst dargestellt und so voll sein Ego gepusht und war natürlich eigentlich so der Leistungssportler, hat aber trotzdem Drogen genommen und eigentlich, so ja, ich würde sagen, nicht so auf jeden Fall das beste Vorbild gewesen und mit Khabib ist halt so sein Weltbild, sein Weltbild komplett zerschmettert worden. Es waren wirklich so zwei Welten, die aufeinandertreffen, weil Khabib war dieser Bescheidene, du meinst auch von so Humble, der war demütig, der war bescheiden, der hat gesagt, der macht das nicht fürs Geld, der hat das nie nach außen gelebt, du siehst den nie in irgendeinem Video mit so einem fetten Ferrari rumfahren, nichts, du siehst den am Beten, in seinem Land, das der Nationalheld, ich habe so eine Doku gesehen, in Dagestan stehen kleine Jungs so mit acht, neun, zehn Jahren auf, sechs Uhr morgens, gehen raus und trainieren dort in diesen Calisthenics-Parks, Klimmzüge, Liegestütze, Dips, die tragen, die tragen Khabib-Shirts, die rennt zu ihm ans Auto und schreien, ey Rabib, der nimmt sich Zeit für die, der hat die Jugend wirklich so geprägt, was machen die ganzen Rapper bei uns, die vermitteln der Jugend so, ey ihr seid cool, wenn ihr kifft, wenn ihr Drogen nehmt, wenn ihr die Schule abbrecht, wenn ihr so rummuckt, Stress mit anderen Leuten sucht und die Jugend, die sucht sich natürlich auf jeden Fall so ihr Vorbild und wenn die 187, Capital Brau und andere Rapper als Vorbild haben, dann werden die natürlich auch so und ja, das siehst du, das kommt dabei raus, so, die Leute machen keinen Sport, die kiffen, die hängen rum, die sind am Zocken, Masturbieren, Wichsen, Pornos schauen, Rumvögeln. Ist so und ich sag dir ehrlich, am Ende des Tages glaube ich auch, dass der Khabib, wenn du guckst, wer am meisten Menschen auf einen guten Weg gebracht hat oder geprägt hat, sag ich mal so, dann wird wahrscheinlich ein Khabib viel mehr Menschen geprägt haben, auf einen guten Weg zu kommen als ein Conor McGregor so, weißt du, der kann vielleicht auch sein, dass er den einen oder anderen zum Sport getrieben hat und so dazu getrieben hat, Sport zu machen, aber bei Khabib ist es auch, das hat auch jeder gespürt, Digga, jeder, der einen gewissen Sinn hat, der ein gewisses Feeling hat, hat gemerkt, dass der Junge was Besonderes ist, wenn der geredet hat, so, wenn der seine Rede, wo der sagt, dass Gott ihm alles geschenkt hat, Alhamdulillah, wer da keine Gänsehaut kriegt, der ist kein Mensch, meiner Meinung nach, weißt du, was ich meine und das, glaube ich, liegt genau daran, weil er dieser gottesfürchtige, gläubige, humble Typ ist, ich glaube, so ein Mensch kann auch viel mehr Menschen erreichen, das Problem ist immer nur, dass der Mainstream halt die Leute in eine falsche Richtung erzieht, Digga, und ich habe das Gefühl, es muss halt viel mehr von diesen Charakteren geben, egal in welchem Bereich, ob es jetzt Deutschrap ist, ob es MMA ist, ob es Schauspielerei ist, ich finde, es muss mehr geben und ich glaube halt aber auch, dass es für die Menschen viel schwieriger ist, nach oben zu kommen, als für die Leute, die nicht so sind, weißt du? Ja, hey, deswegen bin ich auch so ultra dankbar, dass ich eben nicht jetzt nebenbei noch irgendwie eine Tischlerlehre machen muss, weil irgendwie ich zehn Abonnenten habe und trotz guten Videos niemanden erreiche, weil die Werte, die ich in die Welt tragen möchte oder mein Weg, den ich dokumentieren möchte, wie ich zu diesen Werten finde, nicht Gehör finde und deswegen, wir leben in Zeiten des Wandels, wir leben in Zeiten, wo das immer mehr Menschen erreichen wird, weil die Menschen es wollen und am Ende sind die Menschen der Algorithmus, ja, also um das jetzt mal in diese technische Welt zu bringen, auch wenn der Algorithmus jetzt gerade die TikTok-Girls pusht, die dann da irgendwie sich nackt ausziehen müssen, damit sie berühmt werden oder die Jungs, die irgendwie, was machen die Jungs auf TikTok? Es gibt gar keine Männer. Flixen, ja, mäßig, ne, so, ja, angeben, blabber da. TikTok, TikTok, ich hab TikTok nie verstanden, Bro. Ich hab mich wirklich jahrelang davor gesträubt, das anzufangen und hab dann damit angefangen, hab zwei Tage lang mal ein bisschen so gescrollt, was da so abgeht. Der ist das nicht für mich, also ich weiß nicht, ob ich eine falsche Generation bin oder irgendwie, keine Ahnung, der ist das nicht. Das hat wirklich nichts mit Generationen zu tun, das hat wirklich nur mit D-Generation zu tun in dem Fall und es ist auch wirklich eine Waffe, also wenn du dir anschaust, TikTok, chinesische App, in China funktioniert die App ein bisschen anders. Da dürfen Kinder, könnt ihr nachschauen, 30 Minuten am Tag auf dieser App verbringen, 30 Minuten an einem Tag und auch nur zwischen 7 Uhr morgens und 22 Uhr abends, das heißt nachts, so da, wo man dann so wirklich wie ein geisteskranker scrollt und sein Leben kaputt macht, weil man nicht mal mehr schläft, sondern schon auf dieser Technik-Schiene ist. Da ist der nächste Punkt, dass in China die Content-Schiene auch ganz was anderes da bietet, also die Jugend in China sieht nicht twerkende Mädels und kiffende Jugendliche, obwohl Drogen sind auf YouTube. Ich meine, unser TikTok wurde zum Beispiel kurze Zeit gelöscht, wo wir in der Shisha-Bar sitzen wegen gefährlichen Drogen und so weiter. Krass. Wegen Shisha-Rauchen, wurde dann aber wieder zurückgenommen. Echt? Weil wir da Shisha-Geraucht haben, aber wurde dann wieder freigeschaltet im Nachhinein. Ja, in der chinesischen Version, da wird den Kindern dann Videos gezeigt, wie man so bastelt, experimentiert, wie man besser in der Schule wird. Also wirklich wie man, ich habe es auch mal gehört vor ein paar Jahren, eins, zwei Jahre her, dass China so ein Maskulinitätsprogramm in der Schule einführt, also in Richtung halt, dass man einfach diese Feminisierung der Männer aufhält. Warum? Wenn man eine starke Gesellschaft sein möchte, man möchte ein Imperium erschaffen, und das kannst du ja nicht machen, indem du deine Jugend zerstörst. Das geht nur im Westen, wo man halt gezielt probiert, die Gesellschaft so zu erdrücken, dass man dann auch ein autoritäres System aus der Not heraus sozusagen erschafft. Aber da ist aber, in China ist ja ein autoritäres System am Start irgendwie, weißt du was? Ich meine, das ist doch immer die Sache, wo ich dann sage, ich meine, wollen wir das so haben wie in China? Ich meine, das Beispiel mit TikTok, das fühle ich auf jeden Fall, weil ich da auch gesehen habe, dass die da nochmal Umfragen gemacht haben. Da gab es irgendwie eine Studie, glaube ich, wo die Jugendliche gefragt haben, was die gerne mal werden wollen würden. Und in China waren das so Berufe wie Ingenieur, Arzt, ich möchte gerne das studieren, ich möchte Anwalt werden. Und in der westlichen Welt hieß es dann halt mehr so, Rapper werden, TikTok machen, YouTuber werden, etc. Ich schwöre dir, das hat hundertprozentig damit zu tun, wie die die Medien drüben in China einschränken, sodass die Kids gar nicht so viel Zugriff darauf haben, auf diese ganze Teufelsscheiße, in Anführungszeichen, nenne ich es jetzt einfach mal so, weißt du? Auf der anderen Seite denkt man sich natürlich, will man eine Regierung haben, die einen komplett einschränkt, die einen nicht die Sachen so frei zeigt, wie sie sind, weißt du? Das ist halt dann die Gegenseite von der Medaille. Ja, im Endeffekt, dieser Gedanke vom freien Markt, wie er in der Wirtschaft erklärt wird, beschreibt ja, dass die Menschen selbst als Algorithmus entscheiden, was interessant ist und was nicht. Und ich glaube, es wäre weder das eine Extrem, dass man nur twerkende Mädels sieht und irgendwie, ja, wobei, also ich meine, Pornoindustrie ist nicht ohne Grund so stark geworden jetzt in den letzten Jahren. Ja, aber ich glaube, das wird auch immer noch gepusht von hinten irgendwo, weißt du? Wenn wir wirklich nur selber entscheiden würden und unser Mensch-Algorithmus entscheiden würde, was wir uns reinziehen und was nicht, bin ich genau auf deiner Meinung, dass wir wahrscheinlich die gute Mitte finden würden irgendwie, aus der Natur heraus so, weißt du? Ja, und das ist ja immer die Grundfrage. Uns wird ja alles verkauft als natürliche Entwicklung, also das, was im Internet passiert, das ist eine natürliche Entwicklung, dass dort so viele Pornos geschaut werden und so weiter. Nein, der Mensch wird programmiert, du kannst den Menschen framen, du kannst ihn brainwaschen, das sind alles längst alte Taktiken, das sind die besten PR-Leute. Das hast du doch auch in der Corona-Zeit gemerkt, oder willst du mich verarschen? Also wenn du eine komplette Seite, wenn du eine komplette Meinung komplett löscht, egal von wem, ob es ein Virologe ist, ob es ein Arzt ist, ob es ein Anwalt ist, ob es ein YouTuber ist, ob es ein Rapper ist, wenn du diese Meinungen komplett weglöscht, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Denkweise der Masse. Bro, du kannst eine ganze Gesellschaft, du hast so mindestens die halbe Welt für zwei Jahre in Todesangst versetzt und wenn eine Menschenmasse in Todesangst ist, dann kannst du denen alles aufdrücken, dann kannst du sagen, nee, Bro, draußen ist der Tod, bleib mal zu Hause, nee, Bro, draußen ist der Tod, geh mal lieber vor den Fernseher und guck Nachrichten. Und hättest du das nicht gemacht, also sprich, hättest du von Anfang an kein Fernsehen geguckt, hättest du keine Angst gehabt, dann hättest du dein Leben weitergelebt, dann würdest du nichts von einem tödlichen Virus merken. Also, sorry, Twitch an der Stelle, ich nehme das natürlich zurück. Ja, das ist, ach, scheiße drauf, Digga. Ganz ehrlich, ich wollte jetzt gerade sagen, wir distanzieren uns und so, kein Bock mehr darauf, Bruder. Nein, jetzt ohne Scheiß, du musst, Lösch das Ding und ihr sollt pleite gehen, nachdem du das. Ja, das ist auch, das ist doch so traurig, dass du mittlerweile durch so viele Filter durchdenken musst, dass du gar nicht mehr sagen kannst, was du sagen möchtest, weil du aufpassen musst, dass du nicht gelöscht oder gecancelt wirst oder so ein Scheiß. Das macht doch gar keinen Spaß mehr, Bro. Ja, und so fängt das auch in den autoritären Gesellschaften an, wenn du mal jemanden fragst aus Nordkorea, einfaches Beispiel, Beispiel, Das ist eine gute Idee.